Meister, ich hätte mal ne Frage. Hätten Sie vielleicht bisschen Curry für meine Wurst? Ich will ja kein Froger, wir müssen nicht ein bisschen schießen, okay? Nee, danke. Gängchen. Guten Tag. Einen Schnaps, bitte. Na? Äh, das macht jetzt, Marco, warte mal, 5,50. Pfeift das? Ja, du bist der Pfeife. Schiebe dich auf. Na, tankt.